Das The Lairf bei Katatani Resorts Exsander Buri Resort liegt in Nangton Beach in Khaolak, Fang-en-Ger. Das The Lairf bei Katatani Resorts Exsander Buri Resort ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 38 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,2 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.